So Leute, wie ihr schon in der Beschreibung lesen könnt, gibt es heute Vorspannschuss Tutorial und let's go! Für die einfache Ausführung legt ihr den Ball auf dem Hütchen, wie ihr es hier auf dem Video sehen könnt. Wie bei jedem Individualtraining liegt die Priorität beim korrekten Ausführung. Beim Vollspannschuss ist es wichtig, dass der Spieler auf die perfekte Positionierung seines Standbeins achtet. Denn mit Hilfe des Standbeins hat der Spieler ein besseres Gleichgewicht und kann so präziser schießen. Hier ein Beispiel, um die optimale Positionierung des Standbeins zu verdeutlichen. Wie ihr sehen könnt, stehe ich auf meinem rechten Bein, welches mein Standbein simuliert. Nun könnt ihr erkennen, wie ich immer mehr an Gleichgewicht verliere, je weiter weg mein linker Bein vom rechten Bein entfernt ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich mit ausgestreckten Armen einen besseren Stand. Die Armhaltung und die enge Positionierung des Standbeins wenden wir nun beim Vorspannschuss an. Wenn ihr euch bei der Ausführung sicher fühlt, könnt ihr nun im vollen Lauf schießen. Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen könnt. Was ich so viele Vorschläge habe. Und vergiss nicht auf Instagram zu folgen.